Zur Floriani-Messe wurde ins Feuerwehrhaus Fischermendt geladen. Nach der Messe wurden verdiente Mitglieder geehrt, anschließend wurde es gemütlich bei Speis und Trank. Musik Jedes Jahr gedenken wir unseren heiligen Florian und an diesem Tag bedanken wir auch alle Feuerwehrleute, die sich einsetzen, dass es uns gut geht. Und ich bin sehr gerne da und freue mich, jedes Jahr dabei sein zu dürfen, dass wir gemeinsam die Messe feiern und uns dabei bei den Feuerwehrleuten bedanken. Die traditionelle Floriani-Messe in Fischermendt, da kommen immer die ganzen Bevölkerungen zu uns und eben der Stadt- und Gemeinderat und wir machen die heilige Messe mit dem Herrn Pfarrer und dann ist eben der Ausklang, der gemütliche Ausklang. Und heute war es ein bisschen, wie soll ich sagen, emotionaler für mich, weil meine Frau und meine Tochter angelobt worden sind. Noch gehört bei der Angelobung, dass man eigentlich auch spricht, dass man sagt, dass ein Einsatz seines Lebens, das ist schon eine sehr große Angelobung, die man da ausspricht. Ja, das ist richtig. Also passieren kann immer was und das Problem ist das, bei Einsätzen ist alles anders als im Normalen. Und wenn jetzt die anderen Leute das eben nicht so einschätzen können oder du bist in einem brennenden Haus und es fällt was runter, also da kann es schon sein, dass wir Verletzte oder Tote zu beklagen haben. Herr Stadtrat, hat eine Ehrung bekommen? Ja, heute habe ich die große Auszeichnung bekommen, 25 Jahre für eure Mitglieder im Fischermendt. Sie hatten 25 Jahre eine lange Zeit, immer noch das Fieber da für die Feuerwehr? Das Fieber ist schon noch vorhanden, aber einsatzmäßig bin ich eher schon bei den Senioren unterwegs und bin nicht mehr bei den ganzen Einsätzen dabei. Mit einem Feuerwehrmann verheiratet zu sein ist nicht unter Anführungszeichen ganz einfach. Ja, das stimmt. Also es ist oft, dass man beim Essen sitzt oder sich einen gemütlichen Nachmittag oder Abend machen möchte und dann kommt der Einsatz rein. Oder es ist in der Nacht, dass der Einsatz kommt. Ich schlafe dann selber schlecht und warte immer, bis er wieder gut erhalten und gut gesund wieder heimkommt. Und man hofft natürlich immer, dass die Angehörigen und alle Feuerwehrmänner und Frauen wieder gesund vom Einsatz heimkommen. Anstrengend ist es manchmal, aber das nimmt man in Kauf. Es ist eine gute Gelegenheit auch der Fischermender Feuerwehr an dieser Stelle Danke zu sagen. Ich habe den Verwalter der Freiwilligen Feuerwehrfischermenden, Alexander Trafnick, gebeten, mir eine kleine Statistik zu machen. Ich habe das heute in meiner Rede auch kurz vorgetragen. Und wenn man bedenkt, wie viele Einsätze die Fischermender Feuerwehr in den letzten zwölf Monaten gehabt hat, das waren nämlich 406 Einsätze. Das ist quasi statistisch gesehen mehr als ein Einsatz pro Tag. Das sind Werte, da gibt es manche Berufsfeuerwehren, die wahrscheinlich weniger Einsätze haben. Und das waren insgesamt über 12.000 Einsatzstunden in diesen letzten zwölf Monaten, die hier geleistet wurden. Und das für eine freiwillige Feuerwehr, wo alle Mitglieder mehr oder weniger Tätigkeit freiwillig entrichten und unentgeltlich vor allem entrichten, ist das eine großartige und sehr würdevolle Leistung. Wir unterstützen die Feuerwehr seitens der Stadtgemeinde Fischermend mit allen Möglichkeiten. Wir schauen auch darauf, dass sie immer das technische Gerät zur Verfügung haben, das sie brauchen, dass sie alle Schulungen und Kurse besuchen können, um für unsere Bevölkerung von Fischermänen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung zu stehen. Unsere Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen sind sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für uns unterwegs. Bei jeder Notsituation sind sie zur Stelle und helfen der Fischermänen der Bevölkerung. Untertitelung des ZDF, 2020